In der Werkstatt, in der Fabrik, in der Schule oder im Büro und sei es nur das Homeoffice am heimischen Schreibtisch. In manchen Berufen ist man flexibler in der Zeiteinteilung, aber immer geht es darum, viele Stunden der Woche und einen ganz erheblichen Teil der Lebenszeit nicht das tun zu können, was man vielleicht lieber täte und nicht an den Orten sein zu können, an denen man gerne wäre. Eine weitere Eigenschaft der Arbeit. Sie ist meistens mit Anstrengungen verbunden, denn einen Acker zu pflügen war zumindest zu den Zeiten, als es noch keine Maschinen dafür gab, eine ausgesprochen anstrengende Angelegenheit. Natürlich können wir auch in unserer Freizeit Anstrengungen auf uns nehmen, aber, und das ist der große Unterschied zur Arbeit, wir sind prinzipiell frei, die Anstrengung auch bleiben zu lassen. Wir können uns während einer mühsamen Fahrradtour mit viel Gegenwind dazu entscheiden, anders als geplant, gemütlich mit der Bahn nach Hause zurückzufahren. Wenn bei der Arbeitsschwierigkeiten auftauchen, geht das nicht so ohne weiteres. Sie muss getan werden, ob uns das nun gefällt oder nicht. Es lässt sich natürlich nicht mit Sicherheit sagen, aber vielleicht reichen die Wurzeln des Wortes zurück bis zur neolithischen Wende, während der wir Menschen damit begonnen haben, nicht mehr als Jäger und Sammler, sondern als Ackerbauern und Viehzüchter zu leben. Auf diesen Umschlagspunkt gibt es zwei grundlegend verschiedene Sichtweisen, die beide sehr viel darüber sagen, wie wir heute zur Arbeit stehen. Die erste ist durch John Lubbock und sein 1865 erschienenes Buch Prehistoric Times, also vorhistorische Zeiten, geprägt. Lubbock preist die neolithische Wende als das Erwachen der Zivilisation. Untertitelung des Zivilisation